Eine Richtung, da müssen wir dann ... Das war's für heute. Er hat doch verwöhnt, Ruhnmeier. Jajajan, Gingadasha-Sanjou! Was? Das kann ich auch nicht sagen. Na, was hast du dir gemacht? Das ist ein Ruhnmeier-Bio-Hai-O-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor. Ich habe mich mit dir gemacht. Spitzer hat dich aus. Es ist ein Ruhnmeier, ein Ruhnmeier-Bio. Das war natürlich. Ich habe mich schon geschnitten. Ich werde dich immer fragen. Äh, eine ständig brennende Leidenschaft und plötzlich auftretendes Selbstvertrauen, der Mut zwei Flaschen Carpokalli am Stück zu trinken. Hm, ich muss noch ein bisschen gute Dinge anbieten, dass es nicht mehr zu viel zu tun ist. IQ? Hm, wir müssen das zusammenbauen. Nein, warte. Hm, sie hat uns ja die Stirn, Mundwinkel gezuckt, unterdrückt ihr, oder ist ausdrußlos? Hm, naja. Ja, was denn? Oh, ist das, das ist ein böser Mülleimer, äh, ein böser Müllbesack, oder was? Was ist das denn? Lebensform mit Mandeln, Milchgeschmack. Okay. Interessant. Ja, das ist das, was ich. Sie sind wohl sehr von Schmerzkäsekuven besessen, oder? Ich weiß nicht, oder? Und was ist mit den Anhängen von Skrugam? Die Skrugam-San sind sehr freundlich, aber sie sind auch für die Geistung der Geistung des Geistung. Ich glaube, du hast auch sehr興趣. Ich werde dir, wie ich mit der Cheese-Fon-Due-Cekke kenne. Es ist notwendig, aber... Ich soll Herzen platzieren. Ah ja. Rüdiger Fitti in Zielgebieten in Übereinstimmung mit den verschiedenen Anforderungen. Okay. Ich nehme das jetzt mal einfach so hin. So. Irgendwas muss ich mir hier doch noch machen, oder nicht? Muss ich ja alle anquatschen. Bestimmt Heavy Metal. Keine Ahnung. Wuren May mag Opern im neuen Stil oder Erzählkunst im neuen Stil? Die Opern können so hinpassen. Ich weiß nicht. Ich habe immer auf dem Radio gehört Manzai. Ich glaube, dass ich nichts zu sagen habe. Das ist wahr, dass ich die Manzai sehe. Ey, was soll das denn heißen? Wuren May war Kuchen frisch eingesetzt und warm blütender. Das stimmt, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mich verstanden. Wäre sowieso nichts Gutes dabei rausgekommen. Führe ein geheimnisvolles Bestimmungsrottal durch. Habe ich das hier nicht gemacht mit diesem komischen Mandel-Milch-Geschmack-Lebensform-Ding? Muss ich hier nochmal irgendwo was hinsprühen? Nö. Ich kann den Typen ja auch nicht mehr anklicken. Oder muss ich hier das blaue Herzchen hinmachen? Das kannst du natürlich auch haben. Hä? Oder muss ich da ganz viele hinmachen? Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier einfach... Ich klatsche das jetzt einfach alles zu. Ja, so. Wuren Mays Schöpfung hüpft auf den Tisch. Wo sie eben auch schon war. Ah ne, auf den anderen Tisch. Hä? Das ist... Das ist... Das ist ein kleiner Schöpfung der Luan-Milch-Kleutung. Wauw! 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 Ah! Ah! Was ist das? Ich habe ein Gefühl, dass ich einen Erinnerungsstelle. Herr Erinner, du bist für die Welt, aber du bist für die Welt, Du bist für die Welt. Ah, Frau Ruhmmei! Was ist das? Du bist das, das ist. Du bist für die Cheesefondue-Keyke. Du bist für die Schmerzen? Du bist für die Schmerzen. 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 Graubohnenpaste? Du kannst sogar mehr unmöglich schmecken. Du bist für die Schmerzen. Du hast es nicht vergessen. Du bist für die Schmerzen. Du bist für die Schmerzen. Ah, der Cheesefondue-Keyke sieht, aber das ist, der Schmerzen ist sehr schön. Der Cheesefondue-Keyke ist so viel zu努力, dass es nicht mehr für die Schmerzen der Messe Ruhmmei ist. Ich habe das Gefühl, dieser Raum hier ist von Spinnern gefüllt. Ich habe das Gefühl, dass sie die Schmerzen der Schmerzen und die Schmerzen der Schmerzen durchführen. Ich glaube, dass sie alle für die Schmerzen der Messe Ruhmmei beobachten können. aber es ist nicht gut. Aha. Okay. Wie hat Ruhmmei's Dessert zur Lebensform gemacht? Das können wir wahrscheinlich nicht sagen, weil ihr Name drin vorkommt. Gefällt dir denn der Geschmack von Schmerzkäse-Groni? Wahrscheinlich, sonst würde er nicht darüber schwärmen. Natürlich. Es ist sicher, ничего nicht nur für die Schmerzen des Schluckensküsse-Groni. Diearnen waren alle , wenn man alle gerne und die Schmerzen wollten. Sie waren so schwer, dass die Schmerzen der Schmerzen des Flusss-Groni auf die die Schmerzen des Flusss-Groni auf das Ziemark. Die schmerzen würde ich von Schmerzen. Ich bin nur zu wissen, dass die Schmerzen der Schmerzen des Flusss-Groni noch nie einfach nicht an 맛있어요. dass die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen Wenn ich nur einmal Cheese von Ducayki höre, dann stoppe ich sein Gesicht und denke, ey meine Güte. Was für eine Liebe wäre das denn? Oh Gott, ey. Die haben doch alle zu viel Käsefondue gehabt. Kann ich mich alleine mit dem Schmelzkäseguchen unterhalten? Na Gott sei Dank. Der Typ ging mir auf den Käse, Alter. Du versuchst mit Roman Maze Schöpfung zu kommunizieren und die Facts zu schaffen. Meine Güte. Was für ein komisches Erlebnis. Du kannst diese kleinen Monster hier reinwerfen. Ist das dein Ernst? Das ist eine Einbahnpassage und das andere Ende ist mit der Lagerzone verbunden. Das ist sehr sicher. Okay. Also müssen wir jetzt die Dinger wahrscheinlich einsammeln und dann alle da irgendwo irgendwie reinschmeißen. Den werden wir an ihr grünieren jetzt mal. Ach, eine Toilette. Ja. Super. Ich stelle jetzt fest, dass du bei meiner Schöpfung nicht hineinpasst. Ihre unschuldigen Augen werden ganz groß. Du musst dir jetzt erklären, dass das hier nötig ist, um sie zurück an Roman Maze Seite zu schicken. Gestehe, warum sorgst du für Ärger auf der Armstation? Gestehe, magst du Schmerzkäseguchen? Offenbar glaubt sie, dass die Geschmacksrichtung glücklich machen kann. Offenbar ist sie verbittert darüber, dass sie eine unqualifizierte Lebensform ist. Offenbar will sie unbedingt Großes erreichen. Sie will ihre eigene Philosophie vollständig ausleben und fordert dich auf, ihr zu folgen. Nee, danke. Du musst entschlossen bleiben und glauben, dass das hier der beste Ort für diese Lebensform ist. Vorsichtig den Teleporter aktivieren. Teleporter in Anführungszeichen. Wohin mir ist kleine Lebensform, wo der Unbaum her hat sich das Klo runtergespült. Sie wird sicher in der Lagerzunde transportiert werden. Oh Mann ey. Oh, wir haben eine Nachricht von ihr. Irgendwelche Fortschritte. Entschuldige die Unterbrechung, komm erstmal zurück. Es gibt einen Notfall, deine Hilfe wird benötigt. Und was denn nun passiert? Was ist denn nun schon wieder los? Innenherrtes Büro sogar. Ja. Okay, und warum nicht? Okay, dann machen wir das mal. Ach, guck mal, da haben wir den Scrum doch auch. Okay, ich bin. Leidenschaftlich jubeln oder öffentlich verborgen? Ich glaube, jubeln sollten wir jetzt hier nicht gerade. Dann sage ich, um einen Schweren zu können. Ich denke, ich werde mehr ein Team von der Welt zu erhöhen. Ich glaube, ich würde einen Schweren zu machen. Sie sind zu verabschieden? Was ist das? Das ist so phenomenal, Alter. Ich bin Helta. Ich möchte dich. Ich bin ein Thema. Ich bin ein Thema, dass wir viel über die Gespräche haben. Die Verkaufs-Kakam ist nicht möglich. Sie ist lange nicht so einfach. Sie ist sicher. Sie werden die Verkaufs-Kurse aus dem Gehirn. Oh, das ist egal. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich für die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen überlegt. Wenn ich mich für die Schmerzen der Schmerzen und der Schmerzen der Schmerzen kann, dann wird die Company erschöpft. Ich würde mich für die Schmerzen überlegen, dass die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen werden. Wie ist die Schmerzen? Luan-Mei, haben Sie mit ihr, die Sie noch nicht zusammengebracht? Sie sind noch immer noch im Leben? Was ist das? Kommen wir nicht bekannt von, ey. Ich bin es nicht bekannt, weil es nicht so schnell zu sehen. Aber was ich dann noch etwas zu bleiben? Ja. Er ist nicht so, dass es dieses Event, so er ist. Entstanden, gut. Wenn man sich an die Forschung nicht überlebt, dann kann man es nicht mehr. Okay, ich habe ja scheinbar kein Mitspracherecht, was das angeht.